Jetzt gehts auch bald wieder los hier mit dem Dschungelcamp hier, ich denk mal ihr seid dabei, und Dschungelcamp 2017 kann nur der Hammer werden, also hier, ich denk es gibt viele ekelhafte Prüfungen wiederzumachen, und wir werden uns sehen, und dann gucken wir einfach mal, ja hier, da essen wir ein paar Wämme, da hast du auch ein bisschen Schleim, Limo oder was weiß ich hier, auch ein bisschen bei den Krokodilen rum, und ja hier, 2017 Dschungelcamp, ich bin dabei, du auch, schön, mach's gut.